Hallo und herzlich willkommen. Wir besichtigen heute das Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, welches zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört. Das Kloster wurde erstmals um das Jahr 1000 urkundlich erwähnt und gehört zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken in Deutschland. Die Klosterkirche St. Marien ist ein imposanter Ausdruck des Baustils der Romanik. Die typischen Stilelemente wie wuchtige Mauern, Rundbögen und kleine Fensteröffnungen lassen sich hier deutlich erkennen. Die dreischiffige Basilika St. Marien entstand um 1070 und bildete das Herz der gesamten Klosteranlage. Klosterkirche St. Marien Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, einem bedeutenden Bauwerk der deutschen Romanik. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier finden Sie viele weitere Dokus von historischen Orten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020